Geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel. Wie kann ich Israel retten? Ich werde dir helfen. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Wenn du mir tatsächlich helfen willst, gebe mir ein Zeichen, damit ich weiß, dass du auch wirklich der Herr bist. Oh Mann! Ist das die Armee der Midianiter? Gott hat mir gesagt, dass ich mit diesen 300 Männern euch alle retten und die Midianiter besiegen werde. Superbuch, der Held in dir, Gottesplan mit Gideon.